Sonntag, 2. Februar, 13.30 Uhr, Heidenheim gegen Dynamo Dresden, 0 zu 0. Kevin Müller, Marlon Busch, Oliver Hösink, Patrick Makar, Tobias Mohr, Mark Schnatterer, Konstantin Frischbaumär, Noach Mann, Teuerkauf, Niklas Dorsch, Tim Klininst, Robert Leibitz, Kevin Proll, Louis Wingvist, Janis Nikolau, Chris Löwe, Florian Ballas, Marco Teu-Decino, Unia Kalk, Rone Kingsburg, Patrick Ebert, Sascha Höferda, Patrick Schmid, 16.14 Uhr, 16.14 Uhr, Oh, oh, oh.